Herr Strasser. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit vergangenem Samstag erreichen uns unfassbare Bilder aus Israel. Unschuldige Männer, Frauen, Kinder werden hingerichtet, vergewaltigt, erniedrigt, gedemütigt. Darunter im Übrigen auch Überlebende der Shoah, 1200 Menschen an einem einzigen Tag. Ich kann diese Bilder, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Deswegen möchte ich an der Stelle auch an die Menschen denken, die von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden sind. Darunter auch Shani Luke, eine junge Frau mit deutschem und israelischem Pass, die Familie in meinem Wahlkreis in Ravensburg hat. Mir ist es ein Bedürfnis, an der Stelle den Familien zu versichern, wir sehen eure Verzweiflung, wir sehen euren Schmerz. Und deswegen wird die Bundesregierung alles Menschenmögliche tun, gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern in Israel, diese Menschen aus der Haft der Hamas zu befreien. Die Hamas trägt die alleinige Verantwortung. Und es darf keinen Zweifel geben, auf welcher Seite unser Land steht, an der Seite von Israel. Nicht nur, weil wir eine besondere Verantwortung für dieses Land haben, aufgrund unserer eigenen Geschichte. Nicht nur, weil Israel ein Wertepartner ist und die einzige parlamentarische Demokratie im Nahen Osten. Sondern, weil Israel das einzige Land auf der Welt ist, wo Judinnen und Juden sicher gehen können, dass sie geschützt werden. Dass sie offen und frei ihre jüdische Identität leben können. Und dieser sichere Zufluchtsort, er ist massiv bedroht worden durch die Hamas. Deswegen lohnt es sich an der Stelle auch einmal selbstkritisch eine Analyse zu ziehen, wie es eigentlich um den sicheren Ort hier in Deutschland bestellt ist. Und die bittere Wahrheit ist, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht zu jeder Tageszeit und nicht immer geschützt sind. Deutschland ist kein sicherer Ort für jüdisches Leben. Angst ist ein Alltagsbegleiter für Jüdinnen und Juden in Deutschland seit vielen Jahren im Übrigen. Menschen, die sich nicht trauen, eine Kippa zu tragen. Menschen, die sich nicht trauen, offen einen Davidstern zu zeigen. Aber das, was wir jetzt erleben, seit den letzten Tagen, das sprengt jede Dimension von Antisemitismus in Deutschland. In Neukölln werden verbotene Versammlungen abgehalten, Süßigkeiten verteilt, um diese Gräueltaten der Hamas zu feiern. Antisemitische Parolen gerufen, wie Intifada bis zum Sieg. In Neukölln wurde ein Paar mit Feuerwerkskörpern beschossen, weil es hebräisch gesprochen hat. Vielen Orten in Deutschland wurden Flaggen von Rathäusern, israelische Flaggen, heruntergerissen, vernichtet, gar verbrannt. Auf Überreste der Berliner Mauer wurden Hakenkreuze geschmiert, sowie der Satz Kill Juden. In Berlin wurden Wohnungen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Davidstern markiert, um sie zum Ziel von Antisemitismus zu machen. Und heute Nacht wurde in der Straße, in der ich lebe, hier in Berlin, in der Brunnenstraße, die Synagoge mit Molotow-Cocktails beworfen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss man das mal so deutlich sagen, es reicht. Es reicht. Trotz offenkundig vieler Bemühungen aller demokratischen Parteien in den letzten Jahren, trotz vieler Maßnahmen, ist es uns nicht gelungen, den Antisemitismus in Deutschland wirksam in die Schranken zu weisen. Deswegen ist für die Bundesregierung klar, wir wollen noch entschlossener handeln als in der Vergangenheit. Aber um das zu tun, muss man schon auch die Fehler der Vergangenheit. Frau von Storch, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie am ruhigsten sind. Ihre Fraktion, die von Schuldkult spricht, die antisemitische Verschwörungstheorien hier an dieses Pult trägt, die soll in dieser Debatte ganz still sein, Frau von Storch. Klar ist, dass in der Vergangenheit zu oft über den Antisemitismusvorwurf als Seuchen debattiert worden ist und nicht über den Antisemitismus selber in unserem Land. Wir brauchen einen 360-Grad-Blick. Während deutsche Feuilletors in der Vergangenheit oft und gerne darüber philosophiert haben, ob es so etwas wie Israel-bezogenen Antisemitismus überhaupt gibt, fand er auf deutschen Straßen statt, liebe Freundinnen und Freunde. Und natürlich ist es so, dass es verfestigten Antisemitismus in muslimischen Communities in Deutschland gibt, im Übrigen nicht erst seit dem Jahr 2015, sondern seit vielen Jahren. Und diese Analyse muss dazu führen, dass wir auch als Bundesregierung noch entschiedener und entschlossener gegen Antisemitismus vorgehen. Und das tun wir beispielsweise mit dem Bundesinnenministerium. Nach jahrelangen Debatten zu einem Hamas-Verbot, nach jahrelangen Debatten zu einem Verbot von Samidun, handelt diese Regierung und hat diese Organisationen verboten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir gehen schon vor diesen Ausfällen jetzt an Staatsangehörigkeitsrecht ran und stellen auch rechtlich noch mal ganz klar, wer Antisemit ist, wird zukünftig nicht Deutscher werden können. Wir begrüßen es als Bundesregierung, dass auch die Länder entschlossener gegen verbotene Versammlungen vorgehen. Wir begrüßen es, dass die Länder den Schutz jüdischer Einrichtungen in den letzten Tagen erhöht haben. Aber lassen Sie mich zum Schluss auch noch mal sagen, der Instrumentenkasten des Strafrechts, er ist gefüllt. Wer Molotow-Cocktails auf Synagogen wirft, macht sich strafbar. Wer müdische Menschen angreift, weil sie jüdisch sind, macht sich strafbar. Wer offen die Hamas befeiert für ihre Taten in Israel, der macht sich in Deutschland strafbar. Und deswegen ist jetzt wenige Frage nach einer Reform des Strafgesetzbuches, sondern mehr die Frage, wie es tatsächlich auch zu Anklagen kommt, wenn wir feststellen, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland Straftaten gar nicht mehr anzeigen, weil sie im Sande verlaufen. Und deswegen hat der Bundesjustizminister sehr frühzeitig jetzt auch das Gespräch mit den Länderkolleginnen und Kollegen aufgenommen, dass ganz klar ist, es kann nicht aus opernden Initiativen gründen solche Straftaten eingestellt werden, sondern was beweisbar ist, was nachweisbar ist an antisemitische Straftaten, muss auch konsequent angeklagt werden. Es gäbe noch viel zu berichten an Maßnahmen, die wir ergreifen werden. Und ich glaube, die Bundesfamilienministerin wird dazu auch noch ausführen. Mir ist zum Schluss aber eine Botschaft wichtig. Es gibt ein wunderbares jüdisches Lied, das man an Pessach singt. Und in diesem Lied geht es darum, dass Jüdinnen und Juden über alle Jahrhunderte unserer Menschheitsgeschichte verfolgt werden. Dass es in allen Jahrhunderten unserer Menschheitsgeschichte Gruppen gab, die versucht haben, jüdisches Leben zu vernichten. Und selbst in größter Zeit der Bedrohung und Bedrängnis hat Gott seine schützende Hand über Jüdinnen und Juden gehalten. Und auch jetzt werden Jüdinnen und Juden weltweit und hier in Deutschland dieser Bedrohung trotzen. Aber es soll klar sein, dass sie nicht alleine sind. Wir stellen uns als nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft an ihre Seite. Wir wollen, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich wird, dass jüdisches Leben sichtbarer wird. Und deswegen gilt, dass wir mit neuer Entschlossenheit diese großen Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen. Und da bitte ich Sie auch als Parlament um Ihre Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Nächste Rednerin ist die Kollegin Petra Pau, Fraktion Die Linke. Vielen Dank.